So, da bin ich wieder und ich habe mich entschlossen, mir irgendeiner dieser Spritzen zu schnappen. Der Grund, keine Ahnung, meine, ich bin jetzt eigentlich noch entspannt, ähm, äh, bin ich jetzt blöd? Equip, ich habe das Use gesucht gerade. Okay, ich würde sagen, jetzt geht es wieder ganz gut. Use, das brauchen wir nicht. Die Pistole ist noch ganz gut gefüllt. Ja, ist mehr, ist hier oben nicht. Und ich würde sagen, unten, oben, bla, hier ist überall nirgendsowas nochmal. Drum kann ich sprechen, aber wie fang ich jetzt mit dem Fahrstuhl, so wie es gedacht war. Das war vorhin, glaube ich, aufgeschlossen, genau. Ich dachte, das war gedacht, um den Fahrstuhl zu fahren, aber, ja, ich vergaß. Ganz da oben ging es ja nicht weiter, oder? Ach, hier ist noch eine Tür. Verdammt, ein Passwort. War da irgendwas? Achso, ich wollte, ich muss so, okay, Doktor, der hier schon so sehnsüchtig auf mich wartet. Hier hinten, glaube ich, oder? Nicht? Dann war es hier hinten. Ich hoffe, nicht. Ich hoffe, nicht. Was für die Böcke willst du? Du bist verrückt. Ich bin näher. Ich bin näher. Ich bin näher. Ich kann nicht. Es gibt eine große Böcke in der Nähe. Das ist ja, ich bin näher. Was? Ich muss die Böcke nicht. Warum? Ich brauche die Böcke. Ich brauche die Böcke. Der Subway. Der Mann, den du schäuert, remember? Ich möchte die Böcke. Ich habe die Böcke. Du hast einfach die Böcke, will du? Ich bin auch Angst, für mich. Nein, ich bin die Böcke in der Böcke. Ich habe die Böcke nicht. Ich bin näher. Ich würde ihn gerne Was ist denn los? Heu doch nicht rum Wie er mal so eiskalt eine Kugel wegsteckt Es gibt ja den irgendwo noch eine Waffe Simon hat ja auch irgendwie einen an der Waffe Aber gut Die ist ja nicht geladen So, die Waffe hatten wir eben ja schon Sind jetzt hier wieder neue Gegner? Wenn ja Geh ist gleich ganz hart dran War die hier? Ja Ne Hatt ich aber hier abgelegt, oder? Ja Jetzt muss ich die wunderschöne Schrotflinte Für so'n Blödsinn droppen Aber ich Blätter mal noch kurz den Schritt mal nachher Und werde mir die Schrotflinte noch kurz davor hochholen Weil Ich will das Oh, verdammt Nicht so viel rennen müssen Es macht eigentlich keinen Unterschied Aber ich hab Angst, dass ich da nicht mal runterkomme Oder so Alter, Alter, Alter Stopp, Stopp Hallo Ist total unfair von dir, du Penner gerade Ich hatte Ich hatte gerade mir auch schon so gedacht Völlig uncool, dass ich hier Ohne Waffe rumrenne Diese habe ich da einen Slot frei Achso Ich hoffe, hier läuft nicht nochmal so ein Achstyp hier rum Verdammt Unten gab's noch eine Bespritze Zieh ich mir die jetzt auch noch schnell rein? Ja, machen wir mal Oder? Wo war die? Hier war die, ja? Ich wollte das eigentlich Fällt mir gerade einen cutten Ist egal Das seid Ihr? Das ist doch hier viel besser mit dem Ding, oder? Oder soll ich die Taschenampel nehmen? Ich kann halt eben weiter gucken damit Kann man das hier so kombinieren? Das wäre ganz cool Verdammt Ja, gut Nehmen wir mal das Teil Ist okay Ich finde es jetzt nicht unbedingt so Wo war denn hier nochmal eine Spritze? Bitte Ich hätte in erinnern Hier war noch irgendwo eine Eine Spritze Verdammt Was ist der Knopf? War die hier hinten? Ich weiß ganz genau Hier war noch irgendwo eine Spritze War die in der Sporthalle? Dann war es in der Sporthalle Ach, die war in der Sporthalle Genau Die war hier hinten, oder? Jawoll Alles klar So Es war nicht viel Aber ich kann es Immerhin Ich vermute, dass ich eh nicht mehr zurückkomme Aber ich habe ja auch genug Schrotmoni Deswegen macht es ganz gut So Für die zweite Etage brauche ich eine Taschenlampe Sollte ich eigentlich mal vorher speichern? Ja, aber ich glaube schon, oder? Wird auch oben speichern können Aber Ich muss ja jetzt mal das Licht anmachen Ich speichere mal nochmal um Irgendwie ist mir das hier oben Lieber Okay Jetzt aber Ruhe jetzt Das ist der falsche Weg, oder? Ne Das ist nicht Jetzt ergibt den Typen die Waffe Nein Ich denke, ich kann nicht mehr schlafen Ich werde dir die Junge Ich weiß, wie du dein Junge Ich weiß, wie du deinem Wenn du deinem Und wie du deinem 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 Du Ich werde dich Du 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 Ich hab ihm den Scheißschlüssel, äh, die Waffe nicht gegeben Ah, er hat mir HP gesenkt Jetzt hab ich noch weniger leben Ist ja geil, ist ja nicht so, dass ich nicht schon wenig habe Verdammt Nee, die Waffe hab ich nicht umsonst Sorry Oder? Ich lass die Schrote erstmal kurz liegen Oh, her Oh, verdammt Drop Nehmen Und auf 1 legen Oh Gott, sorry vorhin Aber dafür kann ich ja nur Gar nichts Noch ein Schlüssel Find a number for the phone Mal ne andere Sache, was geil wäre, zu wissen wäre So ist der Schlüssel Okay Ich probiere es aus Ich gucke gleich durch die Hand Keine Angst Okay, dann ist es für die Tür ganz zu weit unten Äh, hab ich jetzt da Äh, warte mal Äh, warte mal Warum ist das scheiße, nah So scheiße, nah Ich sehe gar nichts Ist der an der Telefonnummer? Oder an der Nummer? Nö Was soll das eine da sein? Das könnte Min Null Sorry Sorry Okay Ah, dann kann ich Dieses scheiß Ding So und weg Soll das eine gute Nummer sein? Keine Ahnung Vielleicht kriegt ihr das später raus Ich muss eh nochmal hier meine Waffe holen Jetzt nur zu Das war so klar Das war mir einfach schon so klar So, jetzt muss ich leider verzichten Aber ich hab ja ganz gut Muni Noch ein paar Irre hier, die hier rumrennen So eine Tage tiefer Ohne komische Geräusche zu machen Hier war es, wa? Ja Nicht Ich hätte das schwören können Boah, allein war noch im Gegenteil gar nicht Glaube ich, oder? Ganz ehrlich Das kann doch nur wie sein Okay Ich geh nochmal ganz kurz raus Hier aus dem Haus Nur mal speichern Okay Ist hier noch eine Tür? Wo kommt man hier eigentlich hier rauf? Gab es hier irgendwie ein Zimmer, was offen war? Nö Nicht das wüsste, oder? Vielleicht auch die ohne Tür Achso, das sind Alles klar Okay Wir gehen nochmal hoch Hierfür brauche ich ja ein Passcode Für die Tür Genau Dann war ja die Ende Tür war ja noch verschlossen Die muss ich jetzt noch testen Aber die habe ich doch schon noch probiert Was zum? Was soll denn das für eine Zahl da sein? Hä? Okay Ich muss die Maus Ich muss die Maus Die Lücke auch Blablabla Ja, super Da ist doch nichts Da können wir Hüstenzücken reingucken Echt Keine Ahnung, Freunde Ich bleibe in dem Part jetzt erstmal hier Und dann werden wir weitersehen Also bis zum nächsten Part Ciao Oh